Musik Wir sind bei den Proben von Break the Tango in Buenos Aires, Südamerika. Die Breakdancer und Tango-Tanzer, die das Stück choreografieren, haben die letzten 14 Tage zusammen gearbeitet. Neue Bewegungen erfunden und die Welt-Urführung ist am 20. September in der Markhalle in Zürich. Ein ganz neues Stück. Viel Spass beim Probenbesuchen. Musik 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 Musik